Die Liebe im Sinn, das Heiratsexperiment Zuschauer haben einen klaren Favoriten. In der Flirtshow haben sich die Kandidaten zunächst übers Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken kennengelernt, sehen durften sie sich erst nach der Verlobung. Diesen Schritt hat die Hälfte der anfangs 28 Singles gewagt. Doch welches Paar tritt tatsächlich vor den Traualtar und hat die größten Zukunftschancen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt. Wie aus einer Umfrage, Stand 26. April 2022 20.15 Uhr hervorgeht, sehen die Promiflash-Leser in Alicia, 33, und Andreas das größte Potenzial. Von insgesamt 666 Teilnehmern stimmten 293 und damit 44,0% für die Profiboxerin und den Marketingmanager. Platz 2 belegen mit 148 Stimmen 22,2% Josi und Ronny. An Kathi und Julians Liebeserfolg glauben mit 66 Stimmen 9,9% der Leser. Matthias und Yvonne, Amadeus und Yvonne, sowie Labi und Aurora liegen im Mittelfeld. Das Schlusslicht bilden Daniel und Isabella. Dass ihr Glück zukunftsträchtig ist, glauben nur 28 und damit 4,2% der Teilnehmer. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.